Ja, die jungen Generation, die Generation Z, Arbeitgeber, Führungskräfte beklagen sich überall, es ist in den Medien, die Generation ist faul, hat keinen Nutzer, arbeiten möchte, möglichst viel Geld haben, aber dabei muss man nur eine Sache verstehen und dann ist die Generation Z viel leistungsbereiter als wir oft meinen. Es vergeht kein Tag, wo man nicht einen Vertreter der Generation Z in den Medien sieht, wo er oder sie dann eben sagt, für dieses Geld würde sie nicht arbeiten und das ist ja anstrengend, das Arbeiten etc. Nun, jede Gesellschaft, jede Generation hat ihren Anteil an faulen Menschen, das spricht noch lange nicht für die Generation Z. Meine Erfahrung in der Führungskräfteentwicklung und in der Unternehmensberatung ist tatsächlich eine andere. Viele Vertreter der Generation Z sind weiters engagierter als man denkt, wenn man es richtig angeht und dafür müssen wir verstehen, wie diese Menschen, die junge Generation groß geworden ist, gerade im Kontrast zu uns. Wir sind in den 80er, 90ern, 2000er groß geworden und wir haben eine sehr sichere, eine sehr bipolare Welt erlebt, es war relativ planbar, das Internet hat nicht alles unnötig beschleunigt, die Nachrichten waren einfach, es gab den Sowjetblock, der immer zusammengebrochen ist und dann glaubten wir an den ewigen Weltfrieden. Ja, wir wussten, jede Generation wird besser darstellen als die Generation davor, wenn man ein bisschen hart arbeitet, dann wird man auch sein Eigenheim und sein Haus irgendwann besitzen und Arbeitgeber, wenn er eine Marke hatte, dann war die Loyalität ganz klar, da konnte ich ein ganzes Leben lang bleiben. Das ist heute komplett anders. Volkswagen zum Beispiel hat jetzt gerade die Arbeitsplatzgarantie aufgekündigt. Das erlebt natürlich die Generation Z. Wir reden über Covid, Krisen, Kriege und das Internet, das all das beschleunigt. Das heißt, die Generation Z ist eigentlich orientierungslos. Sie hat nicht mehr die Sicherheit. Warum sollte sie hart arbeiten, wenn sie weiß, dass sie nicht die Generation ist, die besser dasteht als die Generation davor, sondern eine der ersten Generation ist, die schlechter dasteht? Dann sucht man sich natürlich vielleicht allenfalls hippe Berufe, gerade Berufe, die ingenieurslastig sind oder die etwas technisch orientiert sind, die bleiben dann außen vor, weil sie nicht so als hip gelten. Tatsächlich sollten wir aber der jungen Generation Sicherheit und Orientierung bieten. Diese Generation sucht nach Orientierung und Heimat wie nie eine Generation zuvor, weil sie eben in einer unsicheren Welt diese Sicherheit benötigt. Und da kommt Führung rein. Da ist die Verantwortung von Arbeitgebern. Wir haben das gesehen in ganz vielen Unternehmen. Diejenigen Unternehmen, die einfach so ihren Plan machen, einmal im Jahr gibt es ein Feedbackgespräch und dann ist es in Ordnung. Die halten nicht die jungen Generation. Die gewinnen sie auch gar nicht erst. Aber die Unternehmen, die hingehen und sagen, ich setze mich mit dir alle zwei Wochen, alle vier Wochen hin, schau wo du stehst. Du bist wichtig. Wir möchten, dass du dich entwickelst. Wir sind wirklich Freunde, deine väterlichen Freunde, mütterlichen Freunde an deiner Seite. Wir entwickeln dich. Die bieten Heimat. Und die haben kein Problem, die Generation Z für sich zu gewinnen, egal ob es in technischen Berufen ist oder in kaufmännischen Berufen oder in vermeintlich hippen Berufen. Also Generation Z ist kein Generationsproblem, sondern es ist tatsächlich ein Führungsproblem.